Ich bin hier Und halt hier Auf dieser Welt Und nichts, was mir Jetzt noch viel leichter fällt Ich kann so richtig zu lieben Sechster Googly Fox Geburtstag Unten neben mir steht Frank Marien, grüße dich Hallo Kerstin Du brauchst nicht in die Knie gehen, ich bin so klein Hab ich schon oft gesehen auf Facebook, aber Nein, du bist so klein, bist du gar nicht Eben drum Und ich hab heute die hohen Schuhe an, also alles gut Okay, super Frank, dein aktuelles Album, Startklar Ja, Startklar ist jetzt seit April auf dem Markt Du hast ja gerade einige Titel gehört Und wenn wir gerade mal hier sind Mein Album heute, mein Geschenk an euch beide Bitteschön Kerstin Dankeschön Muss ich sagen Jetzt, ja, fehlen mir gerade die Worte Wow Muss ich sagen, dass dir die Worte fehlen Nein, also wie gesagt Album ist rausgekommen im April Und ich bin sehr zufrieden Viele schöne Titel drauf Aber wirst du ja dann hören, hast einige heute gehört Und wie gesagt, Anfang des Jahres kommt ein neuer Titel raus Nächste Woche kommen drei Mixe raus Vom Engel Ich freue mich Ja, hört sich auch alles ganz prima an Was hast du für nächstes Jahr so geplant? Wir werden nächstes Jahr schon am Album arbeiten für 2016 Das heißt also, nächstes Jahr wird der Frank Marien oft im Studio sein Beim Gerd Jakobs Und wie gesagt, geplant ist dann März, April 2016 das zweite Album Na, da freuen wir uns doch ganz tierisch drauf Ich hab gesehen, diverse Auftritte so in letzter Zeit überall Also ganz schön ausgebucht, ne? Ja, im Augenblick läuft es ganz gut Ich bin sehr zufrieden Wie gesagt, letzte Woche wollten wir beide schon dieses Interview führen Aber leider musste der Herr Marien ja nach Duisburg Sorry nochmal Aber heute hat es ja geklappt Aber gleich muss ich nochmal nach Siegen zur Diskothek Aber ich bin froh, dass ich heute bei dir bin Wir geben uns doch Mühe Und wir bleiben hartnäckig Wir bleiben an jedem dran, den wir unbedingt haben wollen Und dich wollten wir ja haben So, jetzt hast du Ja, schön Ich freue mich auch Wie gesagt, ich hab immer deine Interviews gesehen Auf Facebook Und hab gesagt, da musst du da auch mal bei sein Und heute ist es so Supergeil Okay, ich wusste gar nicht, dass wir so bekannt sind Aber gut Doch, doch, sehr bekannt Frank, ich wünsche dir für heute erstmal alles Gute Und sag dir erstmal ganz lieb Dankeschön Im Namen von Googly Fox Gerne Ich sage auch nochmal vielen Dank fürs Interview Und wir sehen uns Garantiert Alles Liebe Danke auch euch Ciao So, seien ihr alle das Lied kennt Könnt ihr auch alle mitsingen? Come on Aber die Hände könnt ihr mal ein bisschen heben Ja Die Männer Auf Super Nun ist es so weit Hab mich endlich befreit Fang nochmal von vorne an mit dir Mit dir Hab zu lang nur geträumt Hab zu lang nur geträumt Mein Herz wieder aufgeräumt Doch jetzt Da bin ich bereit Wir singen! Jetzt bin ich startklar Für einen Neuanfang Endlich startklar Für ein ganzes Leben lang Jetzt bin ich startklar Jetzt bin ich startklar Fühl mich bereit Stell alle Uhren auf Null Yo! Jetzt ist es so weit Hab so vieles versucht Manchmal alles verflucht Doch ich hab wieder neuen Mut Hab ich aufgeräumt Hab ich oft auch versteckt Oh yeah Neue Seiten entdeckt Doch jetzt Doch jetzt Da wird es Zeit Jetzt bin ich startklar Für einen Neuanfang Für einen Neuanfang Endlich startklar Für ein ganzes Leben lang Jetzt bin ich startklar Jetzt bin ich startklar Fühl mich bereit Bereit Stell alle Uhren auf Null Oh yeah Jetzt ist es so weit So jetzt um alle Jetzt bin ich startklar Was? Bitte? Wie kommt gleich? So aber nur noch Super der Tisch hier Note 1 Endlich startklar Und wir singen gleich nochmal alle zusammen Jetzt bin ich Startklar Genau Jetzt bin ich startklar Für einen Neuanfang Endlich startklar Für ein ganzes Leben lang Jetzt bin ich startklar Für einen Neuanfang Jetzt bin ich bereit Ja Für einen Neuanfang Oh ja Jetzt bin ich startklar Für einen Neuanfang